Oder jemand schlägt es halt vor, ja, keine Ahnung, die Lehrkraft, der Professor, Eltern teilweise, weiß ich nicht, Kommilitone, schau dir das mal an, das Videonugget, ja, super, genau das hat gefehlt. Nächste Ebene, Playliststruktur und dann nehmen wir mal Analysis, okay, Riesenthema von Sekanten zur Tangentensteigung, Ableiten, Funktionstypen, nur für Exponentialfunktion eine eigene Playlist, nur für LN-Funktion, nur für gebrochen rationale Funktion und so weiter, unter Analysis gepackt. Ganz einfache Struktur, einfach zu finden, wo auch immer viele nachfragen, so wie muss denn jetzt alles und ja, es soll so einfach wie möglich sein. Was glauben wir denn, warum alle Instagram, TikTok, YouTube nutzen, ist ja natürlich einfach zu bedienen und einfach von der Struktur her.